Christine Paul ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin. Karriere Die Abwehrspielerin begann ihre Karriere beim FC Bayern München. Mit den Bayern erreichte sie das Finale 1982 und 1985 der Deutschen Meisterschaft sowie das Finale 1988 und 1990 um den DFB-Pokal, allesamt ohne Titelgewinn. 1990 wechselte sie zum FFC Wacker München, für den sie zwei Spielzeiten absolvierte. Zwischen 1985 und 1991 absolvierte sie elf Länderspiele für die A-Nationalmannschaft, blieb dabei jedoch ohne Torerfolg. Ihr Debüt gab sie am 7. September 1985 in Lüneburg bei der 2-3-Niederlage im Qualifikationsgruppenspiel zur Europameisterschaft 1987 gegen die Auswahl Norwegens von Beginn an, bevor sie für Frauke Kuhlmann in der 36. Minute ausgewechselt wurde. Sie gehörte dem WM-Kader bei der 1. Weltmeisterschaft 1991 in China an und absolvierte die mit 3 zu 0 gegen die Auswahl Chinese Type-Ice und die mit 2 zu 0 gegen die Auswahl Italiens gewonnenen Gruppenspiele sowie das mit 2 zu 1 Zen V gegen die Auswahl Dänemarks gewonnene Viertelfinale. Das anschließende mit 2 zu 5 gegen die Auswahl der Vereinigten Staaten verlorene Halbfinale am 27. November 1991 in Guangzhou war zugleich auch ihr letztes Länderspiel für den DFB.